Ein Arztbesuch in München Vor ein paar Wochen, als meine Tochter nach Hause kam, verbrachten wir den letzten Nachmittag mit einem Spaziergang, und damit nach dem Kern Münchens zu suchen. Sophia und ich hatten heute eine etwas verschiedene Erfahrung mit dem Kern Münchens als wir den Arzt besuchten. Sophia war krank seit wir nach München zurückkehrten, und es war schlimmer als eine Erkältung. Es wurde auch einfach nicht besser. Ich war besorgt, dass es eine Grippe, Lungenentzündung oder noch etwas Schlimmeres sein könnte. Ich nahm also mein Smartphone, und wir gobelten nach dem nächsten Allgemeinarzt. Glücklicherweise war es nur ein Fußweg von etwa 200 Metern von unserer Wohnung in Bogenhausen. Die Praxis hatten wir noch nie bemerkt. Das lag wohl daran, dass sie in einem Wohnblock liegt. Es war nicht etwa ein schöner Wohnblock im klassizistischen Stil mit Geschäften im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen Geschossen. Es war stattdessen ein schlichter Plattenbau, wie er häufig am Stadtrand zu finden ist. Im zweiten Stock erreichten wir die zur Praxis umgebaute Wohnung. Dort meinten sie, dass keine Termine vereinbart werden. Man sollte einfach warten. Und natürlich gab es eine Schlange, so wie überall in München. Die deutsche Kunst, sich völlig unnötige Verwaltungsprozesse auszudenken, war wieder einmal in seiner ganzen Pracht zu sehen. Als wir ankamen, warteten acht Leute auf den Stühlen vor der Anmeldung. Wir drängelten uns nach vorne und ein alter Tatergeis brauchte ewig dafür, einen wirklich einfachen Fragebogen auszufüllen. Es war natürlich unmöglich, dass jemand anders gleichzeitig einen zweiten Bogen ausfüllt. Man musste sich auf eine Liste eintragen, und jeder musste darum kämpfen, als Nächster an die Reihe zu sein. Wir sind geübt in der Münchner Ellbogenmentalität, daher konnten wir unseren Platz durchkämpfen. Die Leute knirschten mit den Zähnen und stöhnten genervt, als Frau Augstein die Empfangsdame fragte, wie alt sie noch einmal sei, ob sie verheiratet war, oder nicht und so weiter. Endlich waren wir an der Reihe. Als sie erfuhr, dass wir keine Deutschen sind, war die Empfangsdame sichtlich genervt, und verzog ihr Gesicht. Sie beschwerte sich, dass wir so viel Arbeit verursachen würden. Ich dachte mir nur, dass wir mit Bargeld in den Händen kamen. Wahrscheinlich verursachten wir die wenigste Arbeit unter allen Anwesenden. Als die Empfangsdame merkte, dass wir nicht einfach wieder gehen, ging sie zum Arzt, um zu fragen, was sie tun solle. Als sie zurückkam, sollte Sophia ihre Angaben auf ein Stück Papier schreiben. Welche Informationen brauchen sie? Fragezeichen, fragte Sophia. Alles Ausrufezeichen, knurrte die Empfangsdame hilfsbereit. Papierkram erledigt. Wir drängten uns in den winzigen überhitzten Warteraum, und wurden Teil der anderen 20 wartenden Patienten. Wir mussten wohl lange warten. Sophia meinte, dass ihr Handyakku bald leer sei. Da der Weg nach Hause nicht weit weg war, ging ich, und holte jeweils ein Buch und eine Flasche Wasser für uns beide. Als ich zurückkam, starrte das Wartezimmer mich wütend an. Sophia war schon beim Arzt. Während der Empfangsdame uns als ein Problem sah, erkannte der Arzt, dass wir ein Geschenk waren. Ein zahlender Kunde. Ich saß im Wartezimmer während die empörten Münchner, mit verschränkten Armen und den Schultern nach vorne gebeugt, mich böse anstatten. Vor überschäumender Wut nahm ich meinen Mut zusammen, und grinste mit einem strahlenden Lächeln zurück. Als sie herauskam, drängten wir uns aus dem noch immer überfüllten Anmeldungsbereich. Inzwischen standen die Schwachen und Kranken auf der unbeheizten wenigen Treppe hinunter bis zum Erdgeschoss. Jedes Mal, wenn ein neuer Patient aus der Kälte stolperte, wurde der Flur ein wenig kälter, und näherte sich der Außentemperatur an. Als wir über den eisigen Pfad schlitterten, fragte ich, was passiert war. War sie beim Arzt? Nun ja, aber hier ist es etwas anders. Wenn du in eine Praxis gehst, triffst du normalerweise einen Arzt, nicht wahr? In München siehst du die Ehefrau des Arztes. Sie macht eine Routineuntersuchung, worum geht es, wie hoch ist der Blutdruck, und so weiter. Wenn sie fertig ist und denkt, dass sie alles gesehen hat, gibt sie die Daten an den Arzt. Das heißt, sie klopft kurz an die angrenzende Tür, und geht hinein. Sophia verbargt die Augen vor dem armen Patienten, der über den Tisch gebeugt war, Hose runter, und die Finger des Arztes in seinen Hintern, während der Arzt und seine Frau ihre eigene Diagnose besprachen. Ich habe Sophia nach Hause gebracht, und bin dann zur Apotheke gegangen. Wieder gab es eine große Panik, weil ich keine Gesundheitskarte habe, und ich erklärte, dass ich für alle Medikamente bezahlen würde. Erstaunt über diese innovative Lösung drängte sich der Apotheker durch die Gruppe von Assistenten, die gekommen waren, um das Rätsel zu lösen. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Jemand kam in die Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Und zu bezahlen. Mit Bargeld. Eine der Assistentinnen tippte etwas in ihrem Computer und der automatisierte Medikamentenschrank holte die versprochenen Tablettenpackungen aus seinem Inneren. Sie gab mir die Medikamente und ich ihr das Bargeld. Und während ich alles in einer Plastiktüte nach Hause trug, diskutierten die Angestellten, was sie mit dem Geld machen sollten, denn natürlich gab es keine Kasse.